السلام عليكم أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من قراءة حكمة بالنتق الصحيح طبعا هدف هذه السلسلة جمع أكبر عدد من الكلمات والمصطلحات العشوائية يلي ممكن تفيدكم سأحضر على أفضل المجرد من أفضل المجرد من أفضل الشيح Statt versuchen auf die erfolgreiche Person zu attackieren, versuch, dass du erfolgreicher als sie wirst. Das ist also der Unterschied zwischen Hass und Ehrgeiz. Erfolgreich, zwischen, 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 der Unterschiede, der Hass, der Ehrgeiz, der Ehrgeiz, der Tumoh. Erfolgreich als, äcthär nagachan min, jemanden attackieren, juhagem aahd ma, eine erfolgreiche Person, schachs, nagech, Statt versuchen, bedenlich von der Mühre, oder bedenlich von der Ehrgeiz, der Ehrgeiz, der Tumoh. Erfolgreich als, äcthär nagachan min, jemanden attackieren, juhagem aahd ma, eine erfolgreiche Person, schachs, nagech, Statt, faszuchan, bedenlich von der Mühre, oder bedenlich von der Tumohau. Das war heute Video. Schrauben Sie, eure Ehrgeiz, und eure Ehrgeiz und eure Ehrgeiz und eure Ehrgeiz und eure Ehrgeiz und eure Ehrgeiz. Schöckra und alles Assalamu alaikum.